Investigative Journalisten werden denen gefährlich, die im Dunkeln menschenverachtende Politik oder schmutzige Geschäfte machen. Einige unserer Kolleginnen und Kollegen bezahlen mit ihrem Leben dafür. In diesem Jahr waren es mindestens 50, von denen die Organisation Reporter ohne Grenzen erfahren hat. Die fünf gefährlichsten Länder für Journalisten waren 2020 Mexiko, Irak, Pakistan, Indien und Afghanistan. Es ist schon die dritte Beerdigung in zwei Monaten von Medienschaffenden in Afghanistan. In Chir wird die Fernseh- und Radiomoderatorin Malala Maiwan zu Grabe getragen. Sie und ihr Fahrer wurden Anfang Dezember von Bewaffneten ermordet. Sie war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wir wollten eigentlich zusammen eine Newsshow machen. Ich war schon auf Sendung, als ich die Nachricht von ihrem Tod bekam. Wir mussten die Show abbrechen. Malala Maiwand war als Journalistin eine Frau in der Öffentlichkeit und damit ein Symbol für das neue, moderne Afghanistan. Doch Fundamentalisten war sie ein Dorn im Auge. Ich habe zehn weitere Töchter wie Malala, die in ihre Fußstapfen treten würden. Aber ich will, dass ihre Mörder gefasst werden. Das gezielte Töten von Journalisten wie Maiwand geschieht in Afghanistan immer häufiger. Oft durch Bewaffnete oder Autobomben. Es gibt Friedensgespräche zwischen der Regierung und den Taliban. Und trotzdem wird das Land für Journalisten immer noch als eines der fünf gefährlichsten der Welt eingestuft. Wegen der ständigen Bedrohung und Einschüchterung schlagen lokale Medienvereine nun Alarm. Im November schrieb das Afghan Journalist Safety Committee einen Brief an den UN-Sicherheitsrat. Ein Hilferuf, um die Gewalt im Land einzudämmen. Ich glaube, es war noch nie so schrecklich wie jetzt. Alle Journalisten scheinen in Gefahr zu sein. In nur sechs Wochen haben wir vier Journalisten verloren, die alle gezielt ermordet wurden. Das macht Medienvertretern überall im Land große Angst. 300 Kilometer weiter und nur wenige Tage nach Maiwans Tod stirbt ein weiterer Journalist. Ramatullah Niksad. Er wurde in der Nähe seines Hauses von Unbekannten erschossen. Niksad war Vorsitzender der lokalen Journalistengewerkschaft und hatte für Medien wie AP und Al Jazeera berichtet. Nach Angaben seiner Kollegen hatte er vor seinem Tod Drohungen erhalten und die Behörden darüber informiert. Doch deren Hilfe kam zu spät. Ein Angriff auf Journalisten ist ein Akt der Unterdrückung. In unserer Gesellschaft wird niemand stärker unterdrückt als sie. Dagegen müssen wir uns zusammenschließen. Wir wollen, dass uns die Politiker erklären, warum diese Grausamkeiten passieren und wie lange es noch so weitergehen wird. Die Taliban, der IS, lokale Machthaber oder sogar regierungsnahe Organisationen. Oft weiß keiner genau, wer hinter den Anschlägen steckt. Für afghanische Journalisten ist klar, sie wollen nicht weiter ihr Leben riskieren müssen, um ihren Job zu machen. Christian Mier ist Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland. Herr Mier, gibt es in Afghanistan überhaupt eine Aussicht auf Besserung angesichts dessen, was wir da gerade gesehen und gehört haben? Ganz kurzfristig realistischerweise nicht. Denn Afghanistan zeigt, wie viele andere Länder, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen einer funktionierenden Rechtsstaatlichkeit und einer starken Pressefreiheit. Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige, starke Justiz, genauso wie starke Gewalten, Exekutive, Legislative, die in der Lage sind, die Unabhängigkeit von Justiz zu sichern, die Voraussetzungen, damit unabhängige Journalisten auch sicher und gut arbeiten können. Und leider ist beides im Moment deswegen in Afghanistan sehr prekär. Aber der Schutz von Pressefreiheit beginnt beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir uns diese Bilanz mal insgesamt einschauen für 2020 und die Jahre davor, dann nehmen die Todeszahlen insgesamt seit Jahren ab. Das ist doch eigentlich in all dem Elend und der Trauer ein gutes Zeichen, oder? Ja und nein. Denn natürlich ist jeder getötete Mensch weniger gut. Und gleichzeitig sind es immer noch zu viele. Und es gibt vor allen Dingen bedenkliche Entwicklungen dahinter. Denn wenn wir uns vor zehn Jahren die Zahlen angeschaut haben, wurden auch relativ gesehen, in Prozenten gesehen, die meisten Journalistinnen und Journalisten in Kriegsgebieten ermordet oder erschossen. Also sie sind mehr oder weniger zwischen in Waffengefechten erschossen worden und wurden nicht immer gleich zielgerichtet ermordet. Während heute zwei Drittel der Journalisten oder sieben von zehn Journalisten, je nachdem wie man das ausdrückt, werden heute gezielt ermordet. Das heißt, weil Machthaber, weil organisierte kriminelle, korrupte Menschen gezielt ein Interesse haben, dass ein Journalist ermordet wird, weil ihnen eine Berichterstattung nicht gefällt. Und das ist, finde ich, keine gute Entwicklung. Mir ist ein Land, das, glaube ich, seit mehreren Jahren schon an der Spitze dieser makabren Todesliste für Journalisten steht, besonders rätselhaft. Mexiko. Mexiko ist eine Demokratie, ist fest in die westliche Welt eingebunden. Und trotzdem das gefährlichste oder eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Wie geht das beides zusammen? Ja, Mexiko ist ja fast ein Paradebeispiel auch dafür, wo wir sehen, dass die Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit letztlich dazu führt, dass Journalistinnen und Journalisten nicht geschützt werden. Ja, es gibt Regionen wie die Stadt Mexiko, Mexiko DF, wo es in den vergangenen Jahren, glaube ich, nur einen einzigen Journalisten Mord gab. Aber es gibt andere Regionen, wie die Region Chihuahua zum Beispiel, als ein Beispiel, wo der Staat de facto nicht mehr existiert oder wo er sich zurückgegeben hat oder gemein macht mit organisierten, korrupten Kriminellen. Und was im Ergebnis dazu führt, dass Justiz nicht unabhängig ermittelt, dass Sicherheitsbehörden wie Polizei auch geschwächt sind oder eben auch korrupt sind. Und deswegen sehen wir da ganz, ganz viel wieder. Christian Mier, vielen Dank für das Interview und auch für Ihre ganz, ganz wichtige Arbeit. Danke.